Wird er gespawnt? Ja gar nicht übel eigentlich so. Ja, stimmt. Ey, wie ich's mache, ich bleib doch mal an dem Stahlblatt hängen. Oh, ich nicht. Geil. Ich auch nicht. Immer noch der Matze. Mach mir den Matze. Bleib am Stahlblatt hängen. Diesmal versuche ich übelst darauf zu achten. Ja, der Versuch alleine reicht nicht. Das versuchst du immer übelst. Ich bin an der Treppe, wo es runter geht. Ja. Da kann ich es nicht erwarten. Naja, ist ja auch okay. So schnell die Bohnen rein, bevor hier das Licht ausgeht. Hier war der Raum, ja. Hier war der Raum. Oh, gestern. Ich kann mich so ärgern. Meine MP5 auf Singlefeuer und hier stand einer drin. Oh, nett. Ich war schon voll drauf. Ein Schuss kam raus. Da war er. Da lag ich wieder in der Pampa, Alter. Propital. Propital. Ich bin durch die Tür durch. Aha. Wir kommen. Versuch bei dem Metall ein bisschen auszuweichen. Hm? Das ist doch nicht so einfach. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, erst hinten die Runde zu drehen. Okay. Okay. Ich habe die Quest noch nicht. Ne. Ne. Na dann würde ich oben lang, ha? Ne. Oder lass uns zurück. Lass uns zurück. Mann, was mache ich denn hier? Durchs Wasser. Oben stopft schon einer. Ich habe einen umgenietert. Schuss gelaufen. Ah. Ganz knapp. Arm von links. Ja. Afrikanus. Wollt ihr auch was mitbringen? Ja. Prass, bis die MP5 wegschmeißen. Und die schmeißen ins Wasser, die findet keiner. Genau. Genau. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Was? Ja. Da ist der links rein. Bild mit BT45. Wo? 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 Keine Ahnung. Ich habe dann einfach so Pre-Aim gemacht. Nix machen, Matzer. Warum nicht? Warte mal, ins Visier läufst du. Ach so. So, ich bin hinten, ich muss nachstacken. Ich hoffe, den hat die Granate zerrissen, den Hund. Hoffentlich, das wäre geil. Wollen wir es rausfinden, oder willst du erstmal die Quest zu Ende machen? Nein, ich will erstmal nachstacken, ja, nachklippen. Dann finden wir es raus. Gut. Was ist das? Das ist die Granatwerfung. Boah, halt doch. Das klingt krass. Oh ja. Schon nichts. Vielleicht hat es uns verrissen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gibt eine Deckung? Nö, er liegt nicht hier. Irgendwas rein. Warte, ich will mal hier schnell Duden benschen. Gibt es nochmal Deckung? Ja. Ja. Der kommt rechts, ja. Ist gerade gar nicht. Ich muss mir nochmal ein bisschen flicken hier. So. Obwohl, hä? Es wird noch nicht so viel. Nö, es ist ja. Achso. Mein. Oh, das geht. Oh, 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 oh. Du schnappst, was? Kommt auf immer verdienten. Warum hast du das nicht gehört, Benshee? Ich habe mir nicht zu oft gehört. Also das Stapfen habe ich nicht gehört. Afrikaners. Afrikaners. Nein. mois. Umaie zuerst. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, du darfst aber jetzt keine mehr nehmen, also. Nee, nee. Muss ich ja. Bis jetzt auch nicht. Und das zweite ist Tag auf Schütze Teil 2, genau. Perfekt. Geil. Endlich. Diese Scheiße. Das ist ein Hammer. Hammer. Echt? Ja. Raus hier. Hau den Scheiß raus, Junge. Komm, die Batterie noch mit. Das noch mit. Hau das weg, alles. Mein Hammer, geil. Ich geh kaputt. So, Richtung UN, ja? Nee, ich komm zurück Richtung... Ja, UN-Rotblock, genau. UN-Rotblock. Lass uns da rausrahmen. Nein, komm, ich hör dich, ja? Boah, geil, Alter. Nein. Geil, geil, geil. Komm rein. Nice. Zu spät, oder was? Wahrscheinlich. Ich geh kaputt. Was wiegt denn so ein Hammer, sag mal? Ja, das ist bestimmt schon ein bisschen, ja? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß noch, dass er 1,5 Millionen wert ist. Ungefähr. Aha. Gleich die Bude reparieren, Junge. Ach nee, abreißen. Was ist der Hammer? Kaputt machen. Guck erst mal, was der Hammer wiegt. Ja, bestimmt. Über 30 Kilo, bestimmt. Das ist doch ein Riesenteil. 20, schätze ich mal, oder? 20? Ja. 30 Kilo, Alter. Das war ein bisschen viel für Hammer. Ja. 5,5, Alter, echt. Was ist los? Das ist ein hoher Hammer. Da kam einer gerannt vom anderen. Ich geh die Steintreppe hoch. Ich hör schon, ich hab Belegen, ja. Drüben bei der, ähm, Straßensperre. Oh, geil. Gas-Analyzer und ne Typ, also hier. Ach komm, leck mich doch. Was machst du das jetzt? Ach, hast du mich umgelegt? Ja, ja, ich hab gesagt, ich geh hoch die Steintreppe. Ah, stimmt, du hast recht. Scheiße, wir haben uns fast gegenseitig umgelegt. Fast. Ja, du lebst ja hoffentlich noch, oder? Alter, dich hab ich aber auch. Ganz knapp. Oh, je, 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 je. Meine schöne MK47. Ich glaube, ich soll das doch langsam Feierabend machen. Doch, ich kann mich erinnern, du hast gesagt, du bist Steintreppe hoch. Ja, ja. Ja, aber ist da nicht dann einer an mir vorbeigelatscht? Das war dann bestimmt Nordi, der an mir vorbeigerannt ist. Ja, ich bin nach drüben gegangen. Ich kriege immer die zwei Körbeteile. Oh, ich hab noch hier Medizin, ganz mitten am A-Fakt und so ein Kram, alles. Oh, die MK47, die hämmert gut rein, ja? Ja, das ist ein Blei, Thomas. Klaus wäre tot gewesen wahrscheinlich. Oh, Blei hat er. Oh, Alter, Junge, Junge, Junge. Ja, mein, ich hab nicht zugehört, Mann. Unten draußen ums Gelände rumschleichen Skeps.